Hallo, wir sind heute live beim Audi Directors Cut in München. Ich bin der Christoph, komme aus Heppenheim. Ich habe bei einem Ausschreiben von den Dose hier näher es mitgemacht auf Facebook. Ich bin einer Einladung gefolgt und habe mich riesig gefreut, dass ich die gewonnen habe. Die Frage war, welche Rolle würde eine Dose in deinem Film spielen? Da habe ich mir gedacht, da fällt mir bestimmt was Cooles ein. Ich habe eine kleine Story zusammengeschrieben und habe dann dankenswerterweise auch gewonnen. Wir Hessen haben extra den Weißwurst-Äquator überquert, um unser goldenes Glück auch nach München zu bringen. Nur was mir hier aufgefallen ist, ich bin hier das einzige Dirndl. Und dieses Dirndl möchte ich heute auch mal den Münchnern zeigen. Ich mag das, wenn jemand Stil und Linie hat. Ich wusste nicht, dass man sowas im Odenwald anzieht, aber schön. Ein hessisches Dirndl quasi. Das ist ein Apfelwein-Dirndl, ein Bembel-Dirndl. Das ist das traditionelle Gefäß für Apfelwein. Und hier ist das moderne Gefäß für Apfelwein. Wie gemacht für den modernen Appleboy. Eine Dose kann sehr stylisch sein, wenn man sie natürlich entsprechend designt. Wie gefällt euch denn die Dose selbst? Ja, die ist cool. Ich finde es für den traditionellen Appleboy sehr progressiv, schwarz. Ja, also fast ein bisschen gefährlich, aber ich finde, das kann der Apfelwein gut vertragen. Wir selbst, wir verkaufen Apfelwein in Dosen. Die Dosen sind für uns natürlich ein ganz neues Medium, Leute zu erreichen. Wie oft kann man eine Dose recyceln? Fünfmal. Wow. Also ich hätte jetzt auf fünfmal getippt. Dann unendlich. Unendlich. Super. Die Dose ist ohne Wertverlust unendlich mal recycelbar. Und somit ist es die Verpackung der Zukunft. Und gerade PET wird ja gerne verkauft als ein unglaublich tolles Produkt, weil man es wiederverwerten kann. Aber wiederverwerten bedeutet, wenn man ehrlich ist, oftmals auch verbrennt. Recycling, echtes Recycling funktioniert halt mit Alu-Dosen hervorragend, weil die kann man tatsächlich verlustfrei unendlich oft wieder recyceln. Wir haben auch schon einen Preis gewonnen und zwar Schönheiten des Odenwaldes. Das ist normal ein Model-Contest, bei dem sehr viele schöne Frauen teilgenommen haben. Und ich möchte euch heute den Gewinner vorstellen. Ta-da-da-da! Das ist so unglaublich, aber ich freue mich für die Dose. Super. Ich denke, die Faszination Dose, gerade für die jungen Leute, ist die Unkompliziertheit, wie man damit umgehen kann. Man braucht keine Sorgen sich machen, ob man seinen Rucksack fallen lässt, dass da irgendwas kaputt gehen drin könnte. Man kann es wunderbar platzsparend in jede kleine Ecke der Tasche quasi reinstecken. Sie kann praktisch kaum kaputt gehen. Sie ist sehr, sehr leicht, auch wenn sie leer ist, dann sehr, sehr leicht auch wieder zum Mitnehmen. Ein wunderschöner Abend, ein ganz toller Audis Director Cut, den ich sehr genossen habe. Das ist ein Wunderschöner Abend, ein ganz toller Aufmerksamkeit.